Hallihallo meine Freunde, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Eikuchen-Kanal. Ich hoffe, ihr freut euch. Ja, dadurch, dass ich es heute irgendwie nicht schaffe, noch Eikuchen-Videos aufnehmen zu fahren, oder wahrscheinlich würde ich schon, aber nicht bis 18 Uhr, und ich in letzter Zeit öfter höre, dass ihr mal wieder so ein Welche YouTuber habe ich derzeit abonniert-Video haben wolltet, ich weiß gar nicht, wann das letzte online gekommen ist, um ehrlich zu sein, dachte ich mir, machen wir das einfach mal. Und ja, wir starten noch einfach direkt, ich rede gar nicht so lange drum herum, hier geht es einfach darum, ich zeige euch, wen ich abonniert habe, warum ich ihn abonniert habe, und dann endet das Video auch schon. Mal gucken, wie viele Leute wir heute deabonnieren, ich bin gespannt. Ja, der erste, den ich abonniert habe, ist Sascha Huber. Viele von euch sehen es natürlich auch, ist klar. Ich habe angefangen, Kraftsport zu machen, also Kraftsport, ich weiß gar nicht, warum ich das in Anführungsstrichen gemacht habe. Ich mache das halt nicht im Gym, sondern halt von zu Hause und nutze dafür die Trainingspläne von Sascha Huber. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich mir viele andere Videos, die er macht, nicht angucke, so, also kommt immer so ein bisschen darauf an, was er halt hochlädt. Aber sowas hier, die Transformation meiner Zuschauer juckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Oder auch seine Abendroutine. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie so ein riesen Fan von ihm ist. Aber ich feiere auf jeden Fall seine Workouts mega hart und die gucke ich. Und deswegen habe ich ihn natürlich halt auch abonniert, ist klar. Es fragen mich auch immer wieder Leute, was für einen Trainingsplan ich mache. Ich habe das jetzt so umgestellt wieder. Ich mache einmal am Montag entweder dieses 60-Minuten-Workout, also dieses Ganzkörper-Workout oder 60 Minuten HIIT. Ich bin auch am Überlegen, wahrscheinlich mache ich das irgendwie im Wechsel. Dann mache ich am Dienstag, Donnerstag und Samstag einmal den Push-Day, dann den Pull-Day und am Samstag dann halt Leg-Day. Bei diesen drei Tagen mache ich auch noch das 7-Minuten-Six-Pack-Workout. Also hier trainiere ich quasi 20 Minuten Push-Day und dann 7 Minuten Six-Pack. Am Donnerstag Pull-Day und 7 Minuten Six-Pack und am Samstag Leg-Day und Six-Pack. Sodass ich quasi dreimal in der Woche auch dieses Six-Pack-Workout mit drin habe. Am Mittwoch und Freitag mache ich dann immer noch das 30-Minuten-HIIT-Workout, um ein bisschen Fett zu verbrennen. Und der Sonntag nehme ich mir trainingsfrei. Genau, da haben mich immer viele Leute nach gefragt. Das Einzige, was ich halt bei seinem Dings mega kacke finde, ist halt beim Pull-Day, das habe ich halt überhaupt nicht gedrückt, ich weiß gar nicht, warum das rausgeht, ist hier beim Pull-Day, ich will das rausnehmen, hallo, ja guter Browser auch wieder, Google Chrome zeigt sich wieder. Jo, heute geht's euch, ich habe mich gut. So, auf jeden Fall, die Übung, die ich hier am schlechtesten finde, ist die hier halt. Du ziehst dich halt hier quasi mit, also so komisch nach vorne halt, Digga, ich kriege diese Übung nicht hin. Also ich habe das bestimmt jetzt schon 8 oder 9 Mal gemacht, ich kriege das nicht hin. Ich mache das jetzt immer einfach anders, dass ich mit beiden Armen nach vorne gehe und mich hochziehe, also den ganzen Rücken trainiere und nicht beide Seiten einzeln, das kriegst du nicht hin. So, er erklärt es halt auch leider nicht, so als Anfänger wirst du das einfach liegen gelassen, finde ich ein bisschen scheiß, um ehrlich zu sein. Aber gut, muss damit leben, dass ich ihn, ja, ich habe ihn ja abonniert und ich gucke ja die Videos dann halt trotzdem. Und was ich auch mal ein bisschen komisch finde, ist, dass er sich immer so damit brüste, ein ganzes Workout ohne Werbeunterbrechung. Ja, Digga, es würde auch keiner gucken, wenn da 10 Werbungen drin sind. So, stell dir vor, du machst gerade deine Übungen und auf einmal so, hast du schon die neue Amazon-App? So, also, es sollte normal sein, dass man keine Werbung in so einen Workout ballert. So, der nächste ist Man of Potato, der macht einfach TikTok-Cringe, ist ziemlich leicht zu erklären. Mano Thiel hatten wir letztes Mal auch schon drin, der macht ja so Fußball-Videos. Ich nenne ihn sehr gerne den Meinungsblogger der Fußball-Szene. Ja, der befasst sich halt mit allen möglichen Themen, auch viel über den, ja, Semi-Profi-Bereich, sage ich mal, so Dritte Liga zum Beispiel, wird auch öfter mal berichtet, oder auch über Amateurvereine. Und ich persönlich gucke diesen Kanal wirklich sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt nicht so krass fußballinteressiert, dass ich irgendwie immer von allem irgendwie Ahnung habe oder immer weiß, was gerade abgeht. Aber die Videos von Mano Thiele kann man sich ja trotzdem sehr gut geben, auch wenn man in dem Thema nicht so krass drin ist. Der nächste ist dann die Frage, ja, der stellt halt sich quasi immer eine Frage und befasst sich dann halt quasi mit Leuten zum Beispiel, jetzt gerade, wie gehen wir mit Schuld um? Und dann geht es zum Beispiel von einer, die aus Versehen Leute bei einem Autounfall getötet hat, dann, ob man schuld ist am Suizid der Mutter. Und dann einmal, jo, bin ich mein Vater, war schuldig, wenn er Pflege braucht, so. Und, ähm, genau, sowas halt quasi immer wieder, ne? Wie weit kann Liebe gehen? Das sind dann immer verschiedene Miniserien, sage ich mal. Und, ähm, genau, davon gibt es ja ganz, ganz viele. Ich muss aber sagen, gucke ich auch gar nicht so oft. Ich glaube, deabonniere ich auch wieder. Ich gucke zwar hin und wieder mal rein, aber viele Themen interessieren mich halt einfach nicht. Ähm, sowas zum Beispiel im Gefängnis. Mein Verlobter ist ein verurteilter Mörder. Das zum Beispiel habe ich mir angeguckt, fand ich auch ganz cool. Oder auch das mit dem Autounfall fand ich sehr interessant. Aber viele andere Dinge jucken mich halt einfach nicht, muss ich zugeben. Ja, dann Simplicissimus, der echte. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist halt, ähm, ja, wie letztes Mal auch schon, auch machen halt sehr informative Videos über alle möglichen Themen, worauf sie halt gerade Lust haben. Ähm, ja, ich kann halt nicht viel dazu sagen. Es sind halt gut gemachte Videos, ähm, sehr nice Animationen, bringen gut die Informationen rüber, sehr nice. Ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll, so weißt du, weil ich hab das jetzt halt schon in sechs Videos oder sowas erwähnt. Dann haben wir Alpha Kevin. Krass, Digga, ging voll ab, aber wurde mega schlecht bewertet, weil das halt voll viele Idioten verteidigt haben. Props auf jeden Fall dafür. Ähm, genau, in diesem Video, äh, bei dem Kanal, der macht halt auch Minus-Blogs. Ich denke mal, den kennen halt auch sehr, sehr viele. Kanal läuft jetzt tatsächlich auch wieder deutlich besser als vorher. Also, wenn man das mal so sieht, ähm, 30.000, 30.000. Klar waren jetzt auch zwei heftige, ähm, Videos, die auch gerade irgendwie im Hype sind. Also, generell wurde viel über JP Performance geredet und viel über Willi. Ähm, aber sehr guter Meinungs-Blogger. Wir gucken wirklich, äh, jedes Video, außer das über JP Performance. Das haben wir noch nicht geguckt. Ähm, mach ich hier aber mal in die Wiedergabeliste auf jeden Fall rein. Och, nein, ich wollte das. Ja, Player schließen, sonst hätte ich da nicht drauf gedrückt, du Bastard, Alter. So, ähm, genau. Genau, gefällt mir sehr, sehr gut. Wir gucken da jedes Video. Ich reagiere auch auf jedes Video. Also, von daher sehr nicer Kanal. Bin froh, dass der wieder weitermacht. So, der nächste ist dann Trollden tatsächlich, meine Freunde. Ähm, da sieht das Ganze halt auch so aus. Der macht immer so, ja, funny and lucky moments. Einfach so ein Best of Heartstone halt, ne? Ja, wenn halt irgendwelche lustigen Dinge passieren oder irgendwelche krassen Dinge oder sowas, dann packt er das halt zusammen und lädt das halt hoch. Jedes Video natürlich knapp über 10 Minuten. Man kennt den Bruder. Ähm, ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Gucke ich halt sehr, sehr gerne. Ich zocke Heartstone nicht mehr so aktiv, muss ich sagen. Aber um mal reinzugucken, geht der Kanal auf jeden Fall sehr, sehr fit. Ähm, dann haben wir OneFootball. Ich glaube, die hatte ich auch letztes Mal schon drin. Äh, super sympathische Moderatoren. Ähm, bringen die News halt sehr nice rüber. Ich habe ja vorher mal Kick11 gefeiert. Aber da muss ich halt sagen, also die strecken jedes Video so unfassbar schlecht auf 10 Minuten. Also das kannst du dir irgendwann einfach nicht mehr geben. So, und die machen halt auch Daily News, genauso wie die anderen. Und die gehen hier halt 5 bis 7, je nachdem, wie viel halt los ist. Also da geht es halt gar nicht darum, irgendwie zwangsweise Videos auf 10 Minuten zu strecken und, ähm, finde ich deutlich besser. Also abonniert auf jeden Fall OneFootball, bevor ihr Kick11 guckt. Das kann ich euch auf jeden Fall mitgeben. Ja, dann, Vic, muss ich leider auch sagen, dass ich ihn halt, ähm, ja, deabonnieren werde hier mit diesem Video. Das Ding ist, ich mag ihn wirklich super gerne. Ich finde ihn auch mega sympathisch, aber die Videothemen interessieren mich einfach nicht. Und, ähm, wenn er mal so einen Retalk oder sowas hochlädt, dann, ähm, gucke ich das wirklich sehr, sehr gerne. Zum Beispiel auch, warum ich mit Iblalli aufgehört habe oder wo er die Immobilien gezeigt hat. Also auch das, wo es ein bisschen um seine Personen geht, ähm, gucke ich halt wirklich super gerne. Aber es gibt auch sehr viele Sachen, die interessieren mich einfach nicht. Zum Beispiel irgendwie so eine Mario Kart Challenge, ähm, ähm, keine Ahnung, das, äh, ne, Mario 64 Challenge sogar. Ähm, das ist mir ziemlich egal, um ehrlich zu sein. Oder auch nach Begriffen suchen, ohne zu tippen. Ja, weiß ich nicht. Das ist auch nicht mal böse gemeint. Mir gefällt der Content einfach nicht, den er da hochlädt, ne. Dann auch teilweise die Smash-Turniere, ähm, das ist, glaube ich, eine Reaction sogar oder so. Weiß ich nicht, steht auch nicht drin. Ähm, ja, deswegen, das ist halt einfach so das Problem für mich. Und dann deabonniere ich den halt lieber, als dass ich halt ein toter Abonnent bin. Aber no hate auf jeden Fall. Ich finde immer noch, äh, sein Editing und auch, wenn man sich für diese Themen interessiert, sind seine Videos auch Bombe. Aber das ist halt nicht der Content, den ich gerne sehen möchte. Dann haben wir Tanzverbot. Ja, kann man auch nicht so viel zu sagen. Wir sind hier halt wieder cool. Ich gucke seine Videos eigentlich auch immer ganz gerne, weil man da auch immer sehr gut drauf, ähm, reagieren kann auf das meiste. Und ich finde auch vieles halt sehr, sehr spannend, gerade was um ihn herum passiert. Ich meine, der chillt jetzt auch einfach mit, äh, Sido. Das muss man sich mal überlegen. Der chillt einfach so mit Best Friends mit Sido. So, wenn ihm das einer vor fünf Jahren gesagt hätte, ich glaube, der hätte uns ausgelacht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Ja, dann klaut das, habe ich jetzt auch mal abonniert. Das ist ein Minus-Blogger, der hat eigentlich ein ganz gutes Video über Reels gemacht. Ich habe mir jetzt tatsächlich mal so gedacht, dass ich mal den kleineren Minus-Blogger so ein bisschen so eine Chance gebe, tatsächlich auch, weil, ähm, ja, ich mich halt mit denen so gar nicht befasst habe. Aber eigentlich ist halt genau der Content auch der, wo ich zum Beispiel in Streams halt sehr gerne drauf reagiere, was mir halt wirklich auch Spaß macht. Und, ähm, ja, deswegen ist es eigentlich dumm, dann zu sagen, ja, aber ihr seid klein, deswegen verfolge ich euch nicht. Also, ich habe mich generell halt nie mit denen befasst. Das war jetzt nicht der Grund, dass ich die nicht abonniert habe, sondern man kannte die zwar, aber jetzt, um wirklich die Videos zu gucken oder sowas, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so, ähm, habe ich jetzt nicht so gefühlt. Aber deswegen will ich auf jeden Fall auch ein paar kleinere Minus-Blogger wieder abonnieren. Und von ihm haben wir halt auf das Reels-Video reagiert. Und dann dachte ich so, ja, komm, Digga, dann gönne ich dir auf jeden Fall mal den Sub. Könnt ihr also auch gerne machen. Aktiv User Roni ist dann der Nächste. Ähm, der hat mal in meinem Stream Eigenwerbung für sich gemacht, weil ich habe ja dieses 15.000 Punkte, und da hat er sich eingereicht. Und das ist tatsächlich der Erste, der gut war. Also, der ein gutes Video eingereicht hat. Wir haben, glaube ich, auf das Video Facebook-YouTube-Push-Gruppen sind anders nice reagiert. Und richtig gutes Video hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Und, ähm, zu dem Zeitpunkt hat er, glaube ich, so 800 Abonnenten. Und jetzt habe ich, glaube ich, zwei, drei Reactions zu ihm hochgeladen und habe ihn halt auch im Stream gepusht. Jetzt hat er zumindest schon mal 2.500. Also, es geht auf jeden Fall so ein bisschen nach oben. Finde ich auf jeden Fall auch verdient. Sehr nice ist Editing. Ja, so ein bisschen cringe natürlich ist es halt, aber ich glaube, soll es halt auch sein. Es passt einfach perfekt. Ähm, kann man sich einfach richtig gut geben. Und bisher gucke ich da halt wirklich jedes Video, muss ich sagen, seitdem ich ihn halt, äh, kennengelernt habe. Also, sehr nice. Kann er so weitermachen. Dann, äh, Reisegruppe SUFF. Ähm, sind halt diese Bundesliga-Porträt bei Spongebob. Und, äh, ja, was soll ich dazu großartig sagen? Sehr nicer Kanal. Ähm, sehr lustige Clips. Also, ich gucke mir davon wirklich alles an. Und, äh, es passt halt meistens immer so krass. Also, bei ein, zwei Dingen hast du halt keine Ahnung, weil ich, wie gesagt, jetzt auch nicht jedes Spiel irgendwie, äh, durchsuchte, was da im Fußball kommt. Aber, ähm, sehr, sehr nice. Also, gerade 34. Spieltag, die HSV-Clips, Digga, einfach, mwah, die waren halt anders geil, muss man sagen. Und bin gespannt, wie der Kanal weitergeht. Dann haben wir Mighty. Ähm, da kann ich halt auch nicht mehr so viel Neues zu sagen, glaube ich. Ich gucke da auch nicht jedes Video. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was ihr halt hochlädt. Was ich so ein bisschen komisch fand, macht, war so Floppy vs. Kuchen TV. Wer macht das Rennen? Keine Ahnung. Ist natürlich halt einfach auf Clickbait angelegt, weil wir halt einfach Beef hatten. Hat sich auch überhaupt nicht gelohnt, weil das Video trotzdem mega wenig Klicks gemacht hat. Absolut verdient. Clickbait darf man nicht unterstützen. Außer wenn ich das mache, dann ist es okay. Ähm, ist halt auch einfach ein Minus-Blogger. Ich weiß nicht, viele Sachen interessieren mich halt nicht so wirklich. Ne, zum Beispiel das, ähm, über Hakan. Da denke ich mir so, Digga, das ist doch einfach ein Typ. So brauche ich jetzt nicht wissen, was der macht. Und auch zum Beispiel dieses Reels-Ding, ja, habe mich jetzt auch nicht so krass interessiert, um ehrlich zu sein. Ähm, genau. Und, äh, Mighty's Monday gucke ich momentan auch nicht so oft. Also kommt immer sehr auf das Thema an. Ähm, aber ich habe ja schon öfter in den, ähm, in den Videos hier gesagt, dass Mighty halt relativ langweilig ist. Deswegen habe ich auch nicht so Bock, auf jedes Video zu gucken, sondern das Thema muss mich einfach schon krass interessieren. So, ne, und zum Beispiel bei Mighty's Monday, alles, was er da sagt, die Themen, die kenne ich halt einfach schon. So, dann brauche ich die nicht nochmal gucken. So, weißt du? Weil ich mache ja selber auch Cake News zum Beispiel. So, deswegen befasse ich mich ja selber auch damit. Der nächste ist Dude mit Maske. Auch ein Minus-Blogger, wo sogar Viktor letztens drauf reagiert hat. Sehr nice auf jeden Fall. Ähm, ja, was soll man zu dem guten Mann sagen? Ähm, macht auf jeden Fall auch sehr coole Videos. Gucke ich auch sehr, sehr gerne. Wir reagieren auch so gut wie auf alles, ähm, tatsächlich, was er an normalen Videos hochlädt. Was ich so ein bisschen schade finde momentan, ist, dass halt sehr viele, ähm, Reaction-Videos hochkommen. Also, hier ist eins, hier ist eins und hier ist eins. Also, von den letzten fünf Stück sind, äh, drei Reaction-Videos. Feier ich nicht so krass, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ähm, wobei man, ich mir zumindest das über Floppy und mich halt angeguckt habe. Aber ansonsten feier ich halt Reactions nicht so. Die sind zwar gut geschnitten und an sich, man kann sich das ja auch geben, so ist es nicht. Ähm, ich feier das aber halt nicht so krass. Das Vic-Video war halt auch ganz nice, ähm, war halt ein bisschen auch irgendwie in den Arsch gekrochen, aber konnte man sich halt trotzdem gut geben, ne. Ich meine, wenn das seine Meinung ist, ist es ja auch komplett in Ordnung. Also, ich feier Vic auch mega und auch schon seit zehn Jahren, ne. Also, von daher verstehe ich ihn da natürlich. Ähm, genau. Ja, ansonsten kann man da auch nicht viel zu sagen. Ich gucke den halt auch sehr gerne, fast jedes Video und bin zwar jetzt nicht unbedingt immer seiner Meinung, ne, zum Beispiel hier bei diesem Super-Youtuber-Bewertung und Kritik, aber, ähm, ja, man kann sich den schon sehr, sehr gut geben. Wenn er sich irgendwann mal zeigt und halt nicht mehr diese komische Maske benutzt, die sowieso nichts bringt. Also, wenn ich dich jetzt auf der Straße sehe, dann erkenne ich dich sowieso. Ich weiß nicht, ob das nur ein Markenzeichen werden soll oder so, aber es wäre besser, wenn du das weglässt. Der nächste Kanal ist, ähm, ja, Tim & Timothy hier tatsächlich. Ähm, ja, wir fangen jetzt wieder an, da, ähm, aktiv Videos hochzuladen. Da haben sich übrigens auch Leute, das kann ich euch hier auch zeigen, wo ich mir auch nur so denke, Alter, hast du dich überhaupt mit dem Kanal minimal befasst? Äh, zum Beispiel hier haben wir ein Video mit Gurkensohn halt auf jeden Fall hochgeladen und ich weiß gar nicht, wo das war. Ich muss mal gucken. Das war, glaube ich, einer der ersten Kommentare. Ähm, ich will euch das aber mal ganz kurz zeigen. Hat sich jemand darüber beschwert, dass der Kanal jetzt Tim & Timothy heißt und nicht mehr Tim Held? Weil man interessiert sich ja einfach gar nicht, äh, für Timo, sondern man interessiert sich halt für mich. Ja, genau hier. Äh, dachte, es geht um dich und nicht um Timothy. Warum macht Timothy nicht einfach einen eigenen Kanal auch so? Und, ähm, genau, das ist halt total dumm, weil da habe ich auch gesagt, ähm, seitdem wir halt diesen Tim Held Kanal oder immer, wenn da Videos gekommen sind, in den letzten eineinhalb Jahren hat Timo die halt geschnitten. Wir haben gesagt, wir machen halt Hälfte Hälfte bei den Einnahmen und, ähm, genau, dafür schneidet er halt die Videos und wir drehen halt viel zusammen und machen dann halt so unser gemeinsames Ding irgendwo. Und, ähm, ja, in 90% der Videos, die wir seitdem hochgeladen haben, ist er ja auch drin. So, und deswegen verstehe ich diesen Vini halt überhaupt nicht, weil, ich meine, inwiefern wusstest du das denn nicht? Also, dass Timothy in 90% der Videos drin ist, Digga, er ist jedes Mal auf dem Thumbnail drauf. So, also, keine Ahnung. Ich meine, hier war er vielleicht nicht drin. Okay, ich meine, da hat er sogar einen eigenen Track hochgeladen, ähm, mit einem Typen. Hier sind wir beide wieder drin. Okay, da habe ich, äh, da in dem Sascha-Video war er tatsächlich mal nicht drin. Hier ist er alleine mit Woli drin. Ähm, gut, hier hat er auch nur gefilmt, aber er ist halt in 90% der Videos ist er halt einfach drin. Hier hat er einen Disc-Track einfach hochgeladen. Also, es hat sich ja gar nichts geändert. Da frage ich mich, also, keine Ahnung, wie random einfach, oder? Genau, also, wie gesagt, das Ding ist, dass Timothy halt auch, ähm, sehr viel auf dem Kanal dazu beiträgt, dass der halt läuft. Wie gesagt, er schneidet halt zum Beispiel die Videos und ich finde, er schneidet die auch sehr nice. Also, wenn ich mir das so angucke, finde ich das wirklich extrem cool. Ähm, macht wirklich Spaß, ähm, die Videos dann zu gucken, obwohl ich die kenne, weil der Schnittstil einfach so nice ist bei den meisten Videos. Und, ähm, zum Beispiel dieses Beziehungsquiz. Digga, das ist halt so genial aneinandergeschnitten. Wirklich einfach heftig, wie man, wie man das umsetzen kann. Und, äh, das ist zum Beispiel halt sehr nice. Und, ähm, er fand's halt so ein bisschen doof, dass quasi dann nur Tim Held quasi im Namen steht, weil er ja auch ein, ein Mitglied dieses Kanals irgendwo ist. Und, ähm, dadurch, dass er ja auch die ganze Zeit mit dabei ist und, äh, wir auch Hälfte Hälfte machen und den Kanal gemeinsam hochbringen wollen, hab ich dann auch gesagt, ja, wir können ihn halt gerne umbenennen. Also, mir ist der Name halt nicht so wichtig. Das Einzige, was mir wichtig ist, wenn wir mal die 100.000 Abonnenten knacken, dann möchte ich auf jeden Fall den Playbutton haben. Den wird Timo nicht kriegen. Da wird auch überhaupt nicht drüber diskutiert. Und wenn er mir eine Million Euro gibt, das ist egal. Genau, und wir haben jetzt auf jeden Fall vor, auf dem Kanal wieder aktiv Videos hochzuladen. Ähm, wir haben das jetzt halt sehr lange schleifen lassen, weil, ja, zeittechnisch war das einfach sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, so langsam bekomme ich das auch alles hin, unter einen Hut, ähm, zu kriegen. Und dann hat man auch Zeit, die Videos zu drehen. Und, äh, wir haben auch noch ein bisschen was vorproduziert und da wird auch noch was kommen. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal. Es wird sich lohnen. Eikuchen braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ähm, dann Rob Bubble ist, äh, der nächste YouTuber tatsächlich. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Der macht, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Also der macht informative Videos über bestimmte Themen, die ihn halt interessieren. Das ist immer voll schwer, so Content zusammenzufassen, oder? Er hat zum Beispiel gemacht, sich Tanz Award auf Porn abstrafen. Er fand ich zum Beispiel sehr nice. Oder den German Influencer Award. Ähm, er macht leider sehr, sehr wenig Videos. Er lebt auch nicht von den Videos, sondern ich weiß gar nicht, wovon er genau lebt, um ehrlich zu sein. Aber, ähm, genau, wenn er Videos macht, macht er es richtig und auch richtig gut. Ähm, deswegen kann ich euch ja da auch nur empfehlen, auf jeden Fall mal bei dem Kanal vorbeizuschauen. Dann haben wir The Big Greek. Ähm, ich spiele übrigens immer noch Schach. Das fragen mich einige Leute. Ich habe nur momentan nicht so viel Zeit dafür, weil ich irgendwie gerade andere Dinge zu tun habe. Aber Schach interessiert mich immer noch. Ich spiele das auch immer noch sehr, sehr gerne. Und, ähm, genau, ist immer noch ein sehr nice Spiel. Ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich momentan auch nicht mehr so oft die Videos gucke. Das liegt aber eigentlich nur daran, dass ich momentan halt nicht so die Zeit dafür habe. Ähm, ich weiß nicht, jetzt mit Noah, ähm, war es halt relativ stressig die letzten Wochen, ne, weil der wieder so einen Wachstumsschub hatte. Dann spiele ich jetzt auf Fußball. Ich mache so noch, ähm, Sachen. Und ich habe es ja nicht mal geschafft, meine Eikuchen-Videos richtig hochzuladen. Und das alles hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich das so ein bisschen habe schleifen lassen. Und, äh, deswegen gucke ich momentan einfach generell nicht viel YouTube. Aber, ähm, immer noch sehr nice YouTube. Also, wenn ihr euch für Schach interessiert, dann guckt da auf jeden Fall mal rein. Der nächste Kanal ist Turnier. Auch da muss ich tatsächlich sagen, ich, äh, muss den Kanal jetzt deabonnieren. An sich sehr nice Videos, super sympathische Jungs. Ähm, meldet euch, Digga. Wir müssen auf jeden Fall mal saufen oder gerne auch was filmen. Ähm, ähm, das interaktive Spiel zum Beispiel fand ich relativ nice. Habe ich auf jeden Fall reingeguckt, hatte dann aber nicht die Zeit, um das, äh, ähm, komplett zu machen, tatsächlich. Und, äh, ja, ansonsten machen die zwar sehr nice Videos, aber auch das ist halt nicht so der Content, den ich mir gerne angucke. Jetzt so privat, weil ich einfach die Zeit nicht dafür hab. Ich mein, die Videos gehen halt immer 20 Minuten. Das ist halt schon wirklich sehr, sehr lang. Und, äh, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, so viele Sachen noch im Privaten zu tun und zu machen hab, hab ich einfach nicht die Zeit dafür, die Videos zu gucken. Sind mega gut geschnitten, so ein bisschen auf Cringe angelegt, aber, angelehnt, aber richtig nice. Und kann man sich einfach richtig gut geben. Aber ich hab einfach nicht die Zeit dafür. Genau, der nächste ist dann einfach Manuel. Macht immer noch keine Videos. Digga zieh immer noch durch. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ähm, dann Baku. Meinungsblogger, fast 10.000 Abonnenten. Macht gerne die 10.000 voll, falls hier noch 160 Leute zugucken. Und wenn nicht, die 160 Leute sollen auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Immerhin sind es schon 18 Minuten und die Hälfte haben wir auf jeden Fall noch nicht. Sehr nice. Ja, ähm, Meinungsblogger macht auch sehr gute Videos. Muss vielleicht manchmal noch ein bisschen aus sich rauskommen, aber ansonsten, ähm, ja, unerhätbar. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich find, so ein, zwei Videos, die er gemacht hat, er hat ja auch sehr viel über, ähm, die Tierquäler-Videos, oder hat sehr viele Tierquäler-Videos gemacht, zumindest ein paar. Ja, ja, ich weiß nicht, Digga. Das ist halt kein Thema, was mich großartig interessiert. Aber ansonsten, ein Kanal, den ich mir auch sehr gerne angucke, wo wir auch fast auf jedes Video reagieren, ähm, kann ich euch halt auch einfach nur empfehlen, wenn ihr auf Meinungsblog steht, ähm, ist das auf jeden Fall ein guter Kanal. Der nächste ist, äh, dann Unholy, auf jeden Fall. Ähm, da guck ich halt auch nicht jedes Video, muss mich halt auch interessieren. Tatsächlich guck ich eigentlich fast nur diese, ähm, die Meinungsblogger über Videos, weil das einfach die Sachen sind, die mich halt am meisten interessieren. So was wie Meity, so eine Abnehm-Challenge, oder so hab ich jetzt, also find ich gut auf jeden Fall, dass ihr abnehmen wollt, Sascha-Huber-Workouts, aber, ähm, das, ich hab ganz kurz reingeguckt, aber, ja, vier Minuten dann, dass sie kurz sagen, ja, wir nehmen halt jetzt ab, weiß ich nicht, ist halt nicht so ultra spannend, finde ich. Ähm, auch die Meinungsblogs an sich, ich weiß nicht, da sind halt viele Themen drin, die mich einfach generell nicht so wirklich interessieren, und, äh, deswegen klicke ich da halt nicht so drauf. Aber allgemein kann man sich den Kanal halt geben. Unholy selber ist halt auch ein bisschen langweilig so, ne, der kommt nicht so aus sich raus, wirkt eher so ein bisschen introvertiert, da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen üben, aber so vom Inhalt her und so kann man sich die Videos auf jeden Fall geben. Dann haben wir Memes für Rap, der macht halt Memes über Rap, aber der lädt, äh, der lädt sogar relativ oft was hoch. Ähm, ja, kann man sich halt geben, sehr nice, trägt halt Memes zusammen und so, schon sehr lustig. 100 Sekunden Physik, macht immer Videos über physikalische Gegebenheiten unserer Welt, kann man sich auch sehr nice geben, heftig wie, wie krass das Universum einfach ist, oder? Wenn du diese Videos guckst, du denkst ja jedes Mal so, brrrr, Digga, wo leben wir eigentlich? Dann, äh, JustGina ist der nächste Kanal, ähm, die hat jetzt auch wieder angefangen, aktiv Videos hochzuladen, finde ich auch, sehr, sehr gut, auch weil sie sehr freundlichen Content macht und, äh, die CPM auf jeden Fall ganz nice ist. Und, äh, genau, hier finde ich sehr gut, dass sie wieder angefangen hat, kann ich euch auch nur empfehlen, ähm, mal reinzuschauen, auf jeden Fall, wenn ihr auf so Content halt steht, ein paar Vlogs und so weiter, ich meine, sie sieht ja auch fickbar aus, von daher alles gut, ähm, genau, schaut gerne mal rein, wir würden uns auf jeden Fall alle freuen. Die nächste YouTuberin ist, äh, Vennonym, die man halt auch so in Minus-Box, ähm, nicht so ultraaktiv, ich muss sagen, gucke ich momentan halt auch nicht so oft rein, ähm, ist, die Videos an sich sind zwar, äh, sehr, sehr niedlich, muss ich sagen, ähm, aber viele Sachen interessieren mich da auch einfach, ähm, nicht so wirklich, zum Beispiel hier irgendwie die besten Posts of Instagram featuring kleine traurige Mädchen, ja, ich weiß nicht, egal so, ne, oder auch, warum ich mein Gesicht nicht zeige, ich meine, ich persönlich finde es immer doof, wenn man, ähm, das Gesicht der Person halt nicht kennt, also, dann müssen mich die Videos wirklich schon krass interessieren, dass ich da dranbleibe, oder zum Beispiel auch Animal Crossing, das zocke ich halt einfach nicht, und ich muss halt schon sagen, dass Vennonym halt schon eine YouTuberin ist, wo ich persönlich halt eher auf die Videos klicke, wenn mich das Thema halt auch wirklich interessiert, und nicht einfach, weil sie halt was hochlädt, das soll auch gar kein, ähm, Diss oder sowas sein, aber, ähm, dafür ist mir das ein bisschen zu, zu lieb, zu langweilig, einfach aufgezogen, so von der Sprechweise und so, ähm, Jo David, ähm, Kollege von einem Kollegen, macht ein paar Videos, ich dachte, abonniere ich einfach mal, sehr random, ja, gönnt euch einfach mal, dann, äh, Lelano, muss ich tatsächlich auch sagen, werde ich jetzt, äh, deabonnieren, ähm, macht zwar immer noch Tracks, auch teilweise gute Tracks, aber lädt halt auch sehr langsam nur was hoch, und, äh, man kriegt das auch so mit, wenn er was hochlädt, deswegen muss ich ihn da, glaube ich, nicht abonnieren, ähm, genau, letzter Track, ähm, 999, habe ich jetzt auch nicht so krass gefeiert, tatsächlich, ja, mal gucken, jetzt hat er ja ein paar Probleme da, ne, bin ich gespannt, wie das weitergeht, dann, Oh mein Gott ist der nächste Kanal, ähm, gucke ich tatsächlich hin und wieder auch, ähm, privat ganz gerne, mal außerhalb von Streams, ähm, ist eigentlich relativ nice, ähm, die haben jetzt dieses Fragen, Dings ist jetzt erstmal zu Ende, ich glaube, die machen hier ja irgendwie jetzt was Neues daraus oder so, ähm, Kanal läuft aber auch insgesamt halt wirklich sehr, sehr nice, muss man sagen, also 300.000 Aufruf, 200.000, mega Guthaten, ne, für 400.000 Abonnenten, sehr nice, auf jeden Fall, ähm, kann man sich geben, kann ich auch nichts Negatives zu sagen, ähm, cooler Typ, Digga, ne, melde dich, wir saufen mal ein. So, dann PMTV, ist ein Kanal, der sehr viele, ähm, ähm, Fußballvideos hochlädt, und warum ich den Kanal zum Beispiel geguckt habe, ist halt das komplette Spiel, also gut, das komplette Spiel jetzt nicht unbedingt, aber die machen meistens immer so Best-Offs, ich such's hier gerade, jetzt machen sie hier die ganze Zeit so Livestreams, ist aber auch sehr nice, äh, genau, hier zum Beispiel, krasses Traumtor, ähm, die haben eine eigene Mannschaft gegründet, aber, also die haben das vorher schon gemacht, aber die haben jetzt eine eigene Mannschaft gegründet, und, ähm, machen dann immer so Best-Offs, wo die das halt kommentieren, wie das halt Sky und DAZN und sowas macht, und, ähm, das find ich richtig nice, die Videos guck ich mir wirklich unfassbar gerne an, sehr gut kommentiert, das ist immer sehr, sehr spannend, das ist halt einfach Kreis, ich weiß gar nicht, Kreisliga oder Kreisklasse, wo die spielen, und, äh, das ist einfach komplettes Amateurding, und das ist mega nice, sich das anzugucken, wirklich, das gefällt mir richtig gut, ich muss allerdings sagen, und das ist ja auch einfach so das Problem, was, ähm, was generell so einen Kanal, wie der zum Beispiel hat, das ist einfach sehr darauf bezogen, so, wenn du mal so zum Beispiel guckst, diese Abnehmen-Videos, die gucke ich mir auch nicht an, auch wenn du, falls du das siehst, Props dafür auf jeden Fall, mega, digga, ähm, echt heftigen Respekt von meiner Seite aus, ähm, läuft ja auch ganz gut, ne, wenn du guckst, in einer Woche irgendwie ein Kilo abgenommen, fast mega nice, und, ähm, genau, das Problem ist aber, diese Videos kommen halt einfach nicht so gut an, weil man halt wirklich nur so diesen Standard-Fußball-Content haben möchte, ne, sowas wie 5 Arten von Schiedsrichter geht dann noch, na klar, wenn du deinen Computer zeigst, na, dann kriegst du halt nur so 4000 Klicks, ne, das ist halt klar, ne, oder auch Oma reagiert auf mein neues Auto, 12.000 ist jetzt auch nicht ultra krass, ne, selbst einige Fußball-Videos kommen halt nicht so gut an, ne, das ist halt das Problem von so einem Kanal, du bist halt sehr eingeengt in dem, was du machen kannst, was halt wirklich Reichweite kriegt, mich würde auch generell interessieren, ob ihr davon lebt, von dem Kanal, ähm, vielleicht durch irgendwelche Sponsoren oder sonst irgendwas, aber so ist es wahrscheinlich relativ schwierig, nehme ich mal an, ähm, auch gerade jetzt wegen Corona, ne, dann ist das halt einfach mal, äh, abgebrochen, die Saison und dann kann man nicht weitermachen, ist halt nicht so nice natürlich, ne, und dann fällt natürlich auch ein Teil, ähm, der Klicks auf jeden Fall weg, aber kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auf solche Videos steht, ähm, ist wirklich schon sehr, sehr nice. Der nächste ist halt Mr. Rap, ähm, ja, da muss ich halt sagen an sich, der macht halt Rap-News, deabonniere ich jetzt alle, uh, das habe ich noch gar nicht gesehen, Digga, das muss ich mir auf jeden Fall reinziehen, aber ansonsten deabonniere ich den Kanal tatsächlich auch. Das Ding ist, ich finde ihn als Person eigentlich relativ sympathisch, ich muss allerdings zugeben, ich, äh, bin kein großer Rap-Hörer oder sowas. Ich habe hier mal eine Zeit lang die Videos halt auch aktiv geguckt, muss aber auch sagen, dadurch, dass man in dem, in dem Rap-Game irgendwie selber nicht so ganz drin ist, ähm, ja, weiß nicht, es interessiert mich einfach nicht so krass. So, ich sehe das in meiner Abo-Box und ich denke mir so, ja, okay, cool, dann, ähm, ist das halt passiert, so, es juckt mich halt nicht. Und was mich halt generell auch mega stört, weswegen ich auch in letzter Zeit die Videos, ähm, viel, viel weniger geguckt habe, ist im Endeffekt, dass er angefangen hat, die Videos auf 10 Minuten zu strecken, so, und, keine Ahnung, Digga, das nervt mich persönlich einfach mega krass, weil du halt das, was er sagt, auch in 5 Minuten sagen könntest. So, warum muss man zwangsweise sagen, okay, ich brauche jetzt diese 10 Minuten, um mehr Geld zu verdienen? Ich meine, man sollte doch auch einfach Spaß an den Videos haben. So, wenn man jetzt bei 9 Minuten ist und man sagt dann, okay, jetzt labere ich vielleicht da nochmal ein bisschen was oder so, dann ist das ja in Ordnung. So, aber, wenn du halt wirklich zu jedem Thema halt irgendwie 30 Minuten zu viel redest, dann ist das einfach irgendwann echt anstrengend. Weil wenn du mal hier zum Beispiel guckst, so diese ganzen alten Videos, hier geht jedes Video deutlich unter 10 Minuten. Und da gab es hier auch noch, so alles so 4, 5 Minuten und das hat sich so durchgezogen. So, mal gab es auch ein längeres Video, ist ja auch in Ordnung, aber die meisten waren halt da drunter. Und ich glaube, dann hat er halt gemerkt, okay, hier auch noch alles unter 10 Minuten und dann hat er irgendwann gemerkt, ey, ich kann ja bei 10 Minuten mehr Werbung schalten und dann ganz plötzlich, ich glaube, hier irgendwo hat es halt angefangen, auf einmal jedes Video oder 90% der Videos auf einmal über 10 Minuten und voll viele auch so bei 10 bis 11, also so ganz knapp über 10 Minuten gestreckt. Also gerade so viel Müller zählt, dass man mehr Werbung schalten kann, aber auch nicht zu viele, als dass das nicht auffallen würde. Und das finde ich einfach super nervig, weil ich mag einfach es nicht, gestreckte Videos anzugucken. da geht für mich der Unterhaltungswert weg, da hält mich nichts bei. Das ist ja genau das Gleiche, wie bei Kick11. Ja, der Dr. Rant habe ich abonniert, damit ich wieder die Videos gucke, damit ich das nicht vergesse, aber der lädt halt, wie gesagt, halt auch seit zwei Jahren nicht zu hoch, kann man halt wieder wegnehmen auch. Dann an der Cover ist die Freundin von Jan, von Ape Crime und da gucke ich auch hin und wieder mal rein, finde ich auf jeden Fall sehr nice, macht jetzt auch nicht so unglaublich viele Videos, hat jetzt auch nicht die größte Reichweite, aber kann man sich tatsächlich ganz gut geben. Vielleicht machst du einfach mal was mit Just Gina und ich glaube, dann läuft das auch. Dann DJ Crayfish habe ich immer noch nur wegen einem Mix abonniert, da gucke ich auch nichts Aktuelles. Ändert sich irgendwie auch nichts, lassen wir auf jeden Fall. Dann Ploynter macht Videos über Rap, aber sehr, sehr nice. Super erstellt, sehr nice geschnitten, wirklich mega krass, informativ, richtig gut. Haben wir jetzt in letzter Zeit auch ein paar Mal drauf reagiert. Ich muss aber sagen, Kummer im Deutschrap, ich dachte auch erst, er meint einfach den Kummer, so dass er traurige Songs meint, aber der Typ heißt einfach so. Er ist irgendwie, glaube ich, einer von Kraftklub oder so gewesen, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Kenne ich nicht, juckt mich nicht, habe ich halt nicht geguckt, aber so ein paar andere Videos auf jeden Fall sehr nice, zum Beispiel als Deutschrap sich zu Pop entwickelte, über Crowdigger, so ein heftiges Video. Dass das nur 120.000 Aufrufe hat, wirklich super schade. Ich glaube, der verdient auch mit sehr, sehr wenigen Videos überhaupt Geld, weil die immer ge-Content-ID sind, obwohl er das halt sehr verdient hätte. Finde ich sehr, sehr schade, aber sehr nicer YouTuber. Der nächste ist Imp, habe ich ja auch schon immer gesagt, also ich finde seine Videos teilweise nicht so schlecht, kommt immer darauf an, was er halt macht. Die Zerpressung des Störers gucken wir uns auf jeden Fall noch im Stream an, würde ich sagen. Gibt da auch nicht so viel zu sagen, macht halt teilweise sehr nice Videos. In letzter Zeit, glaube ich, schreibt er keinen Script mehr, sondern bringt das irgendwie so ein bisschen Freestyle-mäßig rüber. Das merkt man schon, da gehen die Informationen so ein bisschen runter, aber trotzdem kann man sich das auf jeden Fall noch geben. Der nächste ist Scynic, meine Freunde. Da muss ich auch sagen, gucke ich nicht mehr. Kann ich auch eigentlich tatsächlich deabonnieren. Der ist ja jetzt auf Twitch so ein bisschen aktiv. Ich glaube, das läuft auch gar nicht so schlecht. Gönne ich ihn auch auf jeden Fall. Gar keine Frage. Ich muss aber sagen, dass ich gerade ein Video aufnehme. Yeah, was geht. So, genau. Und ich muss hier aber sagen, ich führe den Kanal einfach nicht mehr. So, am Anfang habe ich dieses Scynic Macht Auge wirklich die ganze Zeit geguckt. Aber auch hier muss ich wieder zugeben, ich bin halt niemand, der jetzt so jedes Freestyle-Battle kennt oder der sich generell jetzt zehn Stunden am Tag mit Battle Rap befasst. Ich bin wirklich so ein oberflächlicher Zuhörer. Ich kenne zum Beispiel alle Scynic Battles. Ich kenne sehr viele BMCLs, wenn mich halt wenigstens einer der beiden Teilnehmer interessiert hat. Aber ich glaube, richtig viele Sachen, die man so als Hörer kennen muss, kenne ich einfach gar nicht so. Und wenn er darauf dann reagiert, zu Leuten, die mich halt sowieso nicht interessieren, dann gucke ich mir das halt auch nicht an, weil dann lohnt sich das halt nicht. Was ich gefeiert habe, auf jeden Fall die, wo war denn das? Hier. Scynic macht endlich Auge auf Clap vs. Finch. Fand ich sehr, sehr nice. Schade, dass das nur so wenig Klicks hat. Der zweite Teil kommt auch irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was da jetzt irgendwie ist oder was da jetzt gemacht wird. Genau, aber finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass er das endlich gemacht hat, auch wenn wir auch Teil 2 warten. Ansonsten gucke ich mir die Videos halt nicht an. Streams bin ich auch nicht dabei, aber ich habe nichts gegen ihn. Ich gucke das halt einfach nicht. Der nächste ist IrajTV. Der macht halt so Pranks. Ich muss aber sagen, ist halt richtig gut gemacht. Der kann jetzt richtig gut schauspielern, aber ist halt auch einfach nicht der Content, den ich mir so jetzt gerne angucke, um ehrlich zu sein. Deswegen bin ich auch da eher raus. Aber sehr nice Videos trotzdem. Dann die LAN-Kabel. Ja, wurde gesperrt. Können wir also wegmachen. Hat TikTok-Cringe hochgeladen. Dann Apple War. Die haben jetzt wieder angefangen, Videos zu machen. Finde ich übrigens auch sehr, sehr nice, muss ich sagen. Ja, ist einfach so Broadcast Yourself. Da hast du so richtig Flashbacks. Ich gucke da auch jetzt jedes Video, jedes Video muss ich sagen, aber hin und wieder gucke ich mal rein und man kann sich auf jeden Fall unterhalten lassen. Die haben immer noch so ein bisschen den alten Flavor. Ja, Tim aus BS, mein alter Kanal, was soll man dazu sagen. Geil auf jeden Fall. Dann, ja, Julians Blog kann man auch deabonnieren, weil lädt auch keine Videos mehr hoch. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwann aktiv nochmal was kommt. Wobei die Videos, die er hochgeladen hat, die waren halt richtig scheiß und langweilig, eigentlich die drei und haben halt trotzdem mega die Reichweite. Ja, zieht aber irgendwie halt nicht durch, ist ihm egal. Der nächste ist dann Tommys lehrreiche Lehrfilme. Ein Kollege von mir macht auch sehr nice Videos, sehr unterhaltsam. Kann ich aber auch nicht so viel zu sagen. Ich gucke einfach die Videos, finde ich lustig. Sehr viel mit Satire, schwarzen Humor und sowas, aber sehr gut eingesetzt. Kann man sich halt auf jeden Fall geben. Mal gucken, wann ich ihn leake. So, dann JFNotKennedy, glaube ich, kann man auch langsam wieder deabonnieren. Ja, weiß ich nicht. Was soll man dazu großartig sagen? Bei ihm ist es halt so, ich glaube, er müsste halt einfach mal den Kanal wirklich aktiv durchziehen, dass der wieder läuft. Aber wenn man mal so schaut, selbst Videos, die er hochlädt, haben ja noch eine ganz gute Reichweite. So 40.000 bis 70.000, 80.000 Aufrufe ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, damit würde man finanziell auch gut was machen. Ich meine, klar, es soll nicht nur ums Geld gehen. Wenn er keinen Spaß hat, soll er keine Videos machen. Aber das ist immer noch mal ein Pluspunkt so. Klar, wenn du jetzt als Schüler, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, 17, 18 oder sowas, dann ganz plötzlich da deine paar tausend Euro einen Monat mehr hast oder einen Tauje im Monat mehr hast, dann ist das schon krass. So, ich glaube, da würde jeder von uns mit ihm wechseln. Finde ich, er macht auch generell aber auch gute Videos, deswegen finde ich das halt auch noch trauriger, dass er halt einfach nicht durchzieht so. Finde ich wirklich sehr, sehr schade. Der nächste ist Mythos of Gaming. Habe ich jetzt eine Zeit lang geguckt. Ich finde seine Art auch an sich relativ geil. Der macht auch viel so zu Spielen, Pokémon, Animes, Nintendo und was da nicht alles noch dazu gehört. Finde ich eigentlich auch die Videos gar nicht so schlecht, aber irgendwas bringt mich halt nicht dazu, da drauf zu klicken. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber irgendwie sind die Videos und die Themen teilweise ganz cool, aber irgendwie klickt man nicht drauf so. Aber ich lasse ihn auf jeden Fall noch abonniert. Im Gegensatz zu Montana Black, ich glaube, den kann man deabonnieren. Ich glaube, wenn der was hochlädt, dann kriegt man das auch so mit auf jeden Fall. Der lässt den Kanal ja einfach liegen. Aber auch krass, dass du einfach einen Kanal mit 2,59 Millionen Abonnenten hast und dir einfach denkst, ja, ich muss da halt nichts hochladen. Gut, wenn dir halt nichts einfällt oder du alles schon in Streams und so weiter sagst, klar, dann lohnt sich das auch nicht, den Kanal jetzt irgendwie aus Zwang da aktiv zu führen, aber finde ich halt trotzdem schade irgendwo, weil ich gucke mir die Videos auf dem Hauptkanal wirklich sehr, sehr gerne an. Der nächste ist Tomatolix. Der macht halt selbst Experimente. Der hat auch letztens Pilze gegessen. Fand ich wirklich super nice Video. Haben wir auch drauf reagiert im Stream. Sehr, sehr nice. Habe jetzt auf jeden Fall auch Bock drauf. Und genau, sehr nice. Kann man halt nicht viel zu sagen. Der nächste ist Masterjam. Sein Hauptcontent ist auf jeden Fall diese lustige Witze. Sind auf jeden Fall ganz nice. Dazu hat er das Hassalphabet. Hat jetzt leider nicht die größte Reichweite. Trotz 70.000 Abonnenten kriegen die Videos nie 10.000 Aufrufe oder nur ganz, ganz selten. Finde ich schade. Ja, in letzter Zeit habe ich diese lustigen Witze nicht mehr so aufgeguckt. Irgendwie, ich weiß, ich habe das Gefühl, die tauchen oft nicht in der Abo-Box auf oder so. Aber kann man auf jeden Fall auch mal reingucken. Auch wenn viele Witze halt einfach grottenschlecht sind. Aber Humor liegt natürlich im Auge des Betrachters. Das ist klar. So, der einzige Kanal, wo ich Mitglied bin, ist der liebe Gaffi. Genau, der macht auch einfach, ja, der macht halt Videos, Kinderbuch-Reviews, was ich früher gemacht habe. Also, ich habe das von ihm, aber er macht das halt heute noch. Ansonsten KKK, schlechte Witze, schlecht gespielt. Gaffi deckt auf. Hat halt viele Formate. Richtig nicer YouTuber. Sehr interessant. Finde ich halt, wie gesagt, wirklich sehr, sehr schade, dass er halt nicht aktiv am Durchhasseln ist, weil ich glaube, auch das ist ein YouTuber, wenn der wirklich mal am Ball bleibt und wenigstens ein Video die Woche hochlädt oder auch nur alle zwei Wochen, glaube ich, könnte man damit ganz guten Erfolg haben und ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass er das komplett liegen lässt. Ich will mal gucken, wie viele Klicks der hat. 14 Millionen. Das heißt, er hat, falls er ein guter CBM hat, so um die 14 Millionen, äh, 14 Millionen, 14 Millionen, Euro bekommen. Falls ja, dann Props auf jeden Fall dafür. Wie gesagt, aber trotzdem sehr, sehr schade. Der nächste ist Top-Tier-Takeover. Ja, halt Rap-Battles und so weiter. Momentan geht das ja nicht wegen Corona. Die machen halt gerade viele Interviews. Feier ich nicht so, weil ich, wie gesagt, auch nicht so krass in der Szene drin bin, als dass ich da viele Leute halt kenne. Ähm, das mit Zinnik habe ich mir zum Beispiel angeguckt, wo er mich auch dumm frontet oder, ähm, ja, ich fand's übrigens auch lustig, das kann ich ja ganz kurz sagen. Er hat in dem Interview auch gesagt, ja, ja, also ich sag ja niemandem, dass er seine Videos löschen soll. Mir hat er geschrieben, ob ich mein Video nicht entfernen könnte. Props auf jeden Fall dafür. Ähm, genau, aber ansonsten machen die momentan so über so ein Online-Battle-Ding, weiß ich nicht, fühle ich einfach nicht, muss ich sagen. Aber da fühle ich auch die Leute nicht so, ne? All der vier Games gucke ich hin und wieder noch mal ganz gerne, mache dabei ebenfalls halt drei Videos im Jahr. Ja, weiß ich nicht, was soll man dazu großartig sagen, ne? Finde ich auch sehr schade, weil der richtig geile Reviews macht, aber hat wahrscheinlich privat einfach mehr zu tun als das. So, der nächste ist Jay. Ähm, Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist auch erst hochgeladen, seitdem ich aufnehme. Krass, muss ich mir gleich auf jeden Fall geben. Ja, da muss ich ehrlich gesagt auch zugeben, ich, ähm, bin auch kurz davor, den Kanal zu deabonnieren. Einfach aus dem Grund, weil der halt wieder fast nur noch JCC-Videos macht. Und, ähm, ich weiß nicht, das fühle ich einfach nicht, muss ich tatsächlich zugeben. Also, ich verfolge das JCC zum Beispiel überhaupt nicht, verfolge auch Julians Blog halt nicht. Und wenn der halt dann nur Videos darüber macht, dann ist klar, dass ich mir das halt nicht gebe. So, weil warum sollte ich, ne? Ähm, damit verliert man dann halt einfach so Zuschauer wie ich. Aber klar, er hat halt diese Community, das ist mir schon klar. Ähm, ist ja auch gar nichts dagegen, aber dann, weiß ich nicht, bringt es mir halt nichts, den zu abonnieren, wenn ich ihn halt nicht gucke. Der nächste ist JustNeroHeroTero, auch meines Blogger, sehr gut, macht nice Videos, kann man, glaube ich, auch nicht so viel Negatives oder generell zu sagen. Da habe ich schon öfter gesagt, ja, ist ein bisschen langweilig, bla bla bla. Ähm, Kanal läuft aber ganz gut, Klicks sind gut, nice Community und weiter. So, yeah, haben wir dann. Ähm, der macht so Videos über das VBT. Das gibt es ja leider nicht mehr, aber, äh, ja, tatsächlich lädt er immer noch hin und wieder mal alle paar Monate ein Video hoch. Finde ich halt sehr, sehr nice, ne? Die höchsten VBT-Siege oder die endgültige Bestenliste oder sowas. Ähm, finde ich schon sehr, sehr nice, weil, ähm, man da einfach mal sieht, wie viel Prozent der Battles man zum Beispiel gewonnen hat oder so. Und, äh, das interessiert mich halt immer noch. Also, ich höre immer noch sehr viele alte VBT-Sachen, hat jetzt auch nicht so viele Videos hochgeladen, ist jetzt auch kein ultraaktiver Kanal, hat auch nur 1300 Abonnenten, ähm, wobei der immer deutlich mehr Klicks macht, aber wie gesagt, wenn du halt keine aktiven Videos hochlädst, ähm, dann läuft das halt auch nicht. Ähm, sehr, sehr nice. Hätte auch locker Potenzial, wenn er da weitermacht, aber finde ich sehr, sehr gut auf jeden Fall. So, dann der nächste ist, äh, Gio kann man auch deabonnieren, weil da kommt einfach, der lädt halt nichts mehr hoch. Ich weiß nicht, ich verstehe Gio da auch ehrlich gesagt halt überhaupt nicht. Ähm, ich weiß nicht, was er privat macht, wirklich nicht, ich habe gar keinen Kontakt mit ihm, ja. Ähm, vielleicht arbeitet der, vielleicht nicht, das weiß ich nicht, aber ich verstehe halt nicht, warum man halt sowas wie das hier, ähm, warum man da nicht durchzieht, um ehrlich zu sein. Ich meine zum Beispiel Gio Ripp, das war ja glaube ich das Ding, ja genau, das war das, wo er auch sehr viele Deutschrap-Künstler irgendwie kritisiert hat, das ging ja auch gut ab. So, ich verstehe halt nicht, warum man sich da nicht sagt, okay Digga, das Video kommt gerade gut an, jetzt mache ich halt wieder aktiv Videos so, oder haue aktiv Tracks raus, oder mache ein zweites Album, oder sonst irgendwas so, ne. Ähm, der hat ja auch mal gelistreamt und da zum Beispiel auch Props an Gio einfach mal, ähm, weil der das wirklich super professionell direkt durchgezogen hat, der hatte direkt so ein, so ein Rad, wo man Dinge gewinnen konnte, auch T-Shirts und sowas, das war halt mega cool, ähm, der hat direkt heftige Ausrüstung und so weiter gehabt, also, ne, der hat glaube ich auch mal im Stream dann halt gesagt, also wenn er was macht, dann macht er das halt richtig und das hat er richtig gemacht. So, und dann irgendwie einen Monat später hat er aber wieder komplett aufgehört zu streamen, wo ich mir auch so denke, Alter, zieh doch mal sowas halt durch. Ne, der Typ bleibt einfach komplett unter seinen, ähm, unter seinen Möglichkeiten und das finde ich halt sehr, sehr schade. So, ich glaube, kann ich mir zumindest vorstellen, das ist ja auch immer das Mim gewesen, dass es ihm finanziell halt nicht so gut geht, lässt aber halt auch einfach alles liegen, so, ne, wo er halt wirklich mal, ähm, zack, Reichweite kriegen kann. Finde ich sehr, sehr schade, wenn sich Leute selber im Weg stehen. Ja, Timothy D kann auch deabonniert werden, weil wir laden ja alle Videos auf Tim und Timothy hoch, ähm, ja, der macht da halt genau das gleiche, was wir auch gemacht haben, so, ne, von daher kann man da nicht so viel zu sagen. Dann, äh, Tschengo, Dengo, Bengo, ähm, gucke ich auch hin und wieder, je nachdem halt, äh, was ihr halt hochlädt, die Reactions, äh, lädt ja immer noch sehr viele Reactions hoch, die gucke ich halt eher weniger, habe ich ja schon letztes Mal gesagt, ähm, ja, aber manchmal bin ich halt trotzdem noch dabei, ne, Telefonbattle und Bestrafung fand ich zum Beispiel sehr, sehr lustig, ne, wenn es davon halt mehr Content gibt, Bruder, da bin ich aber sofort dabei. Der nächste ist Hados, ähm, habe ich auch abonniert, der macht Videos über, ähm, wie heißt das hier so, ne, nicht Zeichentricks, sondern über Animationsserien, ich weiß nicht, mir fällt das Wort gerade nicht ein, ähm, ja, auf jeden Fall auch viel über Rick and Morty und, äh, da zum Beispiel habe ich mir auch jedes Video angeguckt, bevor ich überhaupt, die Folgen gesehen habe, also ich wusste immer schon, worum es geht, ich muss sagen, ja, die, ähm, vierte Staffel von Rick and Morty sehr, sehr schwach, also die erste Hälfte auf jeden Fall, ähm, sechs bis 14 habe ich noch nicht, ne, sechs bis zehn habe ich noch nicht gesehen, ähm, die gibt es noch nicht bei Netflix, aber die ersten, ähm, wack, so muss ich einfach sagen, aber hier gucke ich, nicht alles muss ich sagen, sowas wie Kim Possible, womit ich mich halt selber identifizieren kann, oder American Dragon habe ich geguckt, aber so Dinge wie zum Beispiel Gravity Falls, die Serie feiere ich einfach nicht, Avatar feiere ich auch nicht so, ähm, und deswegen gucke ich halt zum Beispiel einige Sachen da nicht, ne, bin da aber immer mal wieder dabei, dann der Biograf hat jetzt ja nicht wieder angefangen, Videos zu machen, ähm, kann man nicht viel zu sagen, gucke ich halt sehr gerne, ist immer cool nochmal ein bisschen hinter die Kulissen der YouTuber oder der Leute zu gucken, die ja gedings, er macht jetzt ja auch viel über YouTuber gerade, ähm, finde ich sehr nice, spannend, kann man auf jeden Fall mal machen, dann der Held der Steine, macht Lego Videos, muss ich sagen, gucke ich momentan nicht so ultra aktiv tatsächlich, ähm, bin ich zwar immer wieder so ein bisschen dabei, aber halt auch nicht so ultra heftig, ähm, aber man guckt halt immer wieder mal rein, ne, wenn man mal Freizeit hat, aber wie gesagt, momentan gucke ich kaum YouTube, deswegen gucke ich auch kaum ihn, MrWissen2Go, Wissenskanal, kann man nicht zu sagen, ähm, nice Videos, sehr informativ, cooler Typ, dann habe ich noch dieses Klavierlernen hier, abonniert, das habe ich ja letztes Mal schon gemacht, ich hatte bis dahin noch nicht einmal wieder gespielt, weil ich mir einfach die Zeit nicht richtig manage, ähm, will das aber auf jeden Fall jetzt wieder anfangen und, äh, mal gucken, wann das passiert. dann Tan Schäfer, ich glaube, den kann man auch deabonnieren, weil, ähm, wenn, dann gucke ich halt einfach in seinen Streams rein, ähm, nicht in seinen YouTube-Kanal und, äh, genau deswegen brauche ich den nicht doppelt abonnieren, so, ne, aber Streams sind sehr nice. Firegurden macht ja leider gar keine Videos mehr, ich glaube den, ja, der geht sogar fast unter 20k, ähm, ja, was soll man sagen, hat irgendwann mal wieder angefangen, Videos zu machen, lief wohl für ihn nicht ganz so gut, also lief ja auch nicht gut, wenn man die Klicks so mit den vergleicht, was er vorher mal gemacht hat, ähm, ja, keine Ahnung, hat seinen Kanal halt einfach selber kaputt gemacht, so ein bisschen, und, äh, kommt wahrscheinlich nicht wieder, ich, mich würde super interessieren, was der so privat macht, finde ich einfach an sich spannend, so, sich mit Leuten dann zu beschäftigen, so neugierig bin ich dann tatsächlich, weil ich dann einfach die Frage auch spannend finde, jo, was geht eigentlich gerade, was macht der, so, ne, ähm, ich meine, der ist ja finanziell anscheinend nicht von YouTube abhängig, ich weiß nicht, ob der halt tatsächlich durch P2P-Kredite so viel Geld verdient, ich bin in dem Thema nicht drin, so, ne, aber, kann ja sein, aber würde ich trotzdem halt super spannend finden, einfach zu wissen, jo, womit verdient der eigentlich sein Geld und macht der viel Geld, also, nicht so aus diesem Nightding, sondern einfach, weil es mich interessiert, weil du ja schon auch eine Riesenreichweite einfach liegen lässt, so, ne, und, da ist immer schon risikoreich, außer man hat halt was anderes, was krass läuft, so, dann Dinge kurz erklärt, kurz gesagt, kann man nicht viel zu sagen, auch, ähm, äh, ja, heftige Videos, gut animiert, sehr gut rübergebracht, sehr nice, auch die Ameisenvideos feiere ich extrem, kann man auch nicht mehr so viel zu sagen, und der letzte Kanal des heutigen Videos ist Mimi, ja, was soll ich sagen, also die Videos an sich, außer jetzt sowas wie der Rezo Sneaker oder der Juju Sneaker, die feiere ich nicht so, ähm, die Paybacks habe ich natürlich sehr krass gefeiert, zurück in die Zukunft 4 war auch sehr nice, ähm, ich muss hier aber tatsächlich zugeben, dass ich, ähm, es hier schade finde, dass der halt nicht aktiv Videos hochlädt, also, er hatte jetzt irgendwie eine Uploadsperre, dann war irgendwie sein PC angeblich kaputt, aber der PC ist auch irgendwie seit 4 Monaten kaputt oder so, also, keine Ahnung, was der macht, so, also entweder du ziehst halt vernünftig durch, oder du lässt es, sowas fuckt mich halt immer mega ab, jetzt kommt halt schon wieder seit 4 Monaten kein normales Video, so, was soll das, Digga, was machst du denn? Check ich halt irgendwie nicht, genau, deswegen, das finde ich halt sehr, sehr schade, ja, das waren alle meine Leute, jetzt habe ich zumindest mal ein bisschen die Abos wieder aussortiert, ähm, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, schreibt mir gerne rein, welchen von den Leuten ihr am besten findet, außer KuchenTV, und bis dann, meine Freunde, okay, thanks, bye. Bye.